Sein Job ist für ihn der schönste der Welt. Ich hoffe, dass ich 1,80 m noch einen Lkw fahren kann. Wäre cool. Es sei denn, vorher verliere ich einen Spaß, dann höre ich auf damit. Wenn Sie mir den Spaß mal an meiner Arbeit nehmen, dann können Sie mich mal gepflegt, wenn Sie wollen. Aber Sie werden mir den Spaß, denke ich, nicht nehmen. Und da habe ich auch schon aussortiert. Manche Leute, die mir zu viele Vorschriften gemacht haben, zu denen habe ich gesagt, das ist doch schön, dann fährst du dein Holz einfach ab nächste Woche mit dem Schubkan nach Hause und alles ist gut. Du suchst dir einen anderen Clown und ich suche mir einen anderen Zirkus. Und dann sind wir Freunde geblieben und haben halt nie mehr voneinander gehört. Ich denke, wie schön war es doch eben noch hier mit dir. Ich weiß, was ich will. Ich will dich fühlen, wenn der Morgen erwacht. Mit dir den Tag verbringen bis in die Nacht. Let's do it. Und glaube nirgends ist ein Ende in Sicht. Nein, für uns nicht. Ich weiß, was ich will. Ich will die Leidenschaft, mit der du mich liebst. Die ganze Zärtlichkeit, wie du sie mir gibst. Die Illusion, du lebst allein und für mich. Die brauche ich. Ich weiß, was ich will. Ich will, dass endlich etwas Neues beginnt. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, was ich will. Ich will, dass du auf dem Grill legst. Die meisten haben ja mittlerweile den 998 Euro Grill von einer namhaften, renommierten amerikanischen Firma auf dem Balkon stehen. Aber dann dackelt die alte ins Aldi und holt für 98 Sandy Steaks. Kann ja nicht sein. Ich bin ja so einer. Ich gehe dann unterwegs in eine Metzgerei oder in eine Bäckerei. So, jetzt kriegen wir gleich ein Gespräch gedrückt da drinnen. Wollt ihr, dass das alles zu zweit ist? Alles? 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 So, jetzt haben wir schon schön Fleisch eingekippt. Wir haben gerade in der örtlichen Metzgerei Qualität erst der Ware gekauft. Auf geht's zur Grillhütte. Ein befreundeter Fürster hat Wursten und seinen Männern erlaubt, hier ihr Nachtlager aufzuschlagen. Leute, da habe ich mich heute schon geblattet. Wahnsinn, was ich hier alles gerüttet habe. Ausblick macht es wieder gut. Hey, wir haben einen Salat gekauft, den Nudelsalat, den wir heute essen. Weil der war heute schon von gestern. Wenn du den Nudelsalat von heute willst, muss ich nicht morgen kommen. Ist doch cool, wenn du mit Kollegen mal ihn saufen kannst. Das bringt halt auch der Windwurf. Im Windwurf, da sieht man sich. Da steht man mal beieinander abends. Da liegt alles Holz auf einen Hauke. Unverhofft kommt oft. Ein Glück haben wir den Metzger heute noch überfallen unterwegs. Also Männer, auf den erfolgreichen Arbeitstag. Dass wir morgen mindestens genauso viel Umsatz machen wie heute. Weil heute war scheiße. Geil, Alter. Wenn die ein bisschen nach Kettensägen Haftöl schmecken, die Würste ist nicht schlimm. Knoblauch, Steak, ist auch nicht schlimm. Ich wünsche euch was, guten Appetit. Lass es euch schmecken. Stefan, du hast zaubergegrillt. Gibt es nichts zu meckern. Ja, du spielst. Der Koch-Sockey. Der Koch-Sockey. Am Morgen früh um 6 Uhr geht der Wecker. Dann fahren wir ins Sägewerk. Der wartet auf uns. Da sind wir gerade da wieder. Bis dahin. Da haben wir keinen Wecker. Wahnsinn, wie ich das drauf habe. Prost. Prost. Bis morgen. Prost. Prost.